Punkt 10. Am 23.09.2016, am Freitag. Forex und CFDs täglich. Willkommen. Hier meldet sich Berlin, hier meldet sich Admiral Markets. Mein Name ist Jens Scharnowski. Ich darf Ihnen, wie immer, die ersten 1-2 Minuten, die pro forma Dinge erzählen, bevor unser Daytrader des Tages übernimmt. Das ist am Freitag immer der Dirk Witschewski. Legen wir los. Spannender Tag, wartet auf uns. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Zweite Folie bei uns immer identisch. Der Risiko-Hinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Ihre Strategie am Markt nicht aufgeht, Sie auf der falschen Seite sind, die Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich im Demomodus mit dem Trading dem Hebeleffekt und der Handelssoftware ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich nach einiger Zeit sicher fühlen, dann gerne mit einem Echtgeldkonto weiter loslegen. Bitte niemals Anlageberatung bei Admiral Markets erwarten. Das gibt es bei uns nie. Auf neudeutsch, Execution only. Wir wagen in einigen Webinaren einen Marktausblick. Wir können aber Ihre persönliche Lage dabei nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Den kompletten Risiko-Hinweis finden Sie auf unserer Webseite unten rechts als blauer Link hier auch einmal eingeblendet, wenn Sie es mal lesen möchten. Insbesondere bei Punkt 10 bitte also auch nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen. Darum geht es nicht. Es geht darum, zusammen einen Blick über die Schulter eines langjährigen Traders zu werfen. Wie bekommt er die Trading-Idee? Wie screenet er die Märkte? Wie managt er dein Trade? Nicht mehr, nicht weniger. Fünf Tage, fünf Trader. Hier tradet Deutschland, hier tradet Österreich, hier tradet Schweiz. Oder alle, die Deutsch sprechen möchten, sind uns herzlich willkommen. Fünf Tage, fünf Trader. Alle sind unterschiedlich. Alle haben einen anderen Stil, einen anderen Schwerpunkt. Heiko zum Beispiel am Mittwoch ist der Sekundentrader, der Scalper. Der Jochen am Donnerstag ist der Markttechniker. Der Thomas hält gerne mal Trades mehrere Tage, mehrere Wochen. Also jeder hat einen anderen Stil. Das ist nicht besser oder schlechter. Einfach nur anders. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, auch mal den anderen über die Schulter schauen. Wir stehen parat. Sie werden bestimmt nicht dümmer und gucken sich ab, was für Ihr persönliches Trading vielleicht auch ein Thema sein könnte. Reden ist nämlich Gold. Wir haben etwas zu sagen. Über zehn Live-Webinare in der Woche, die Sie bei uns bekommen können. Über den eingeblendeten Link können Sie sich zu allen kostenlos anmelden. Und jetzt im September sogar noch viel, viel mehr, weil wir im gesamten September 2016 die Trader-Ausbildung machen. Jeden Tag um 18 Uhr von 0 auf 100. Jeden Tag einen Schritt weiter mit dem Wissen. Heute geht es zum Beispiel um das Money-Management. Und wenn Sie es interessiert, 18 Uhr live dabei sein oder wenig später im YouTube-Kanal als Aufzeichnung nochmal anschauen. Vieles spricht für uns. Zum Beispiel neu Minilots. Index-CFT schon auf 0,1 Kontrakten traden. Würde für den DAX 30 bedeuten. Circa beim 200er Hebel 5,40 Euro, 5,50 Euro als Marginanforderung. Immer in Abhängigkeit natürlich, wie der DAX-Kursstand aktuell ist. Oder der Spread 0,8 Punkte verlässlich von 8 bis 22 Uhr. Ohne Kommission zusätzlich müsste, dürfte das deutschlandweit beste Angebot sein für DAX-Trading. Wir haben kein Besseres gefunden. Überzeugen Sie sich selbst. Vergleichen Sie gerne auf AdMailMarkets.de alle Details dazu. Oder wenn Sie eins zu eins etwas besprechen möchten, per Telefon, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr ist der Berliner Kundenservice für Sie da. Oder per E-Mail oder YouTube eben angesprochen. Wenig später fast alles als Aufzeichnung dort zu finden. Das war es von mir. Damit sage ich Hallo, guten Morgen lieber Dirk. Du hast das Wort, du hast den Bildschirm, dein Blick auf die Märkte heute, dein Screening, deine Training-Idee. Leg los. Schönen guten Morgen Jens. Ich hoffe, der Ton ist soweit in Ordnung. Zwischendurch habe ich ein paar Aussätze hier von dir. Ich weiß nicht, ob das bei mir lag oder ob das woanders auch zu spüren war. Also das nur, um die Verbesserung immer wieder reinzubringen, wo wir irgendwo vielleicht noch was besser machen können. Ja, er sprach davon, der Jochen macht jenes, der Heiko macht dieses und der Dirk, der macht eben alles. Er regelt quasi Scalping, der regelt aber auch De-Trading oder Positionstraining ganz für sich alleine. Und zwar einfach aus dem Grund, dass man sich gar nicht in die Schublade erst zwängen lässt. Also letzten Endes ist alles möglich. Sie dürfen alles. Sie dürfen über mehrere Tage Positionen halten, wenn diese richtig abgesichert sind. Sie dürfen innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten Positionen öffnen und wieder schließen. Sie dürfen das auch innerhalb des Tages, also De-Trading, es ist alles erlaubt. Man muss sich nicht irgendwo nur noch mit einem einzigen Handelsstil im Deutschlandraut machen. Man kann das auch, sofern man das über mehrere Jahre dann auch sowieso praktiziert, erfolgreich kombinieren. Also das nur noch am Anfang. Wir blicken hier erstmal auf den Euro und Future, den ich hier im Tageschart vorbereitet habe. Hier geht es hauptsächlich nur mal darum, aufgrund dieser horizontalen Linie, diese zwei blauen Linien, nochmal darzustellen, wann sind hier die letzten Zwischenhochs und Zwischentiefs zustande gekommen. Deswegen schieben wir hier einmal die letzte horizontale Linie auf das letzte Hoch, was wir hier vor dem Kontaktwechsel hatten. Da hatten wir die 167.13. Auch die werden wir im Chart genau einfach nochmal einzeichnen, nur dass wir sie stehen haben. Damit werden wir immer wieder, wenn wir den Chart öffnen, das auch sehen, wo hier letzten Endes diese Marke steht. Dann haben wir des Weiteren nochmal eine Horizontale, die wir hier bei der Eröffnung dann im letzten Hoch zumindest haben. Das ist einmal hier bei dem Kontraktwechsel die Marke von 165.46. Auch die werden wir da noch kurz drauf ziehen. Was haben wir jetzt aktuellen Stand? Kursstand 165.12.165.14 die Taxierung. Das soll also heißen, wir können uns zumindest mal in diese Richtung hier der 165.46 schon mal das vormerken, vielleicht auch mit einer Pending Order, Pending Order Short vormerken, hier nochmals auf einen weiteren Absetzer von dem Euro und Future nach unten wieder zu reden. Sprich, das könnte man sich vorstellen, dass der danach im Idealfall nochmals weiter runter sinkt. Das soll aber nicht heißen, dass wir hier unser ganzes Prüfer verschießen sollten, sondern es soll einfach nur heißen, dass wir dort beispielsweise eine Eröffnung haben können. Das andere gilt natürlich auch bei Schließen eines dieses Kontaktwechsels. Das wäre natürlich auch extrem weit nach oben. Das kann ich mir in dem aktuellen Zeitraum und auch in dem aktuellen Umfeld nicht vorstellen, dass wir dann beispielsweise Zinsen jenseits der 0.20.025 in Richtung 0.30 auch für die 10-jährige Bundesanlei hätten. Das muss man sich ja so vorstellen. Der Euro und Future steigt, die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen sinkt und umgekehrt. Also das nochmal zu der Vormerkung. Wir können natürlich hier auch direkt schon mal den ersten Pending Trade hier auch eingeben, indem wir mit einem Lot beispielsweise, besser vielleicht sogar mit zwei in dem Fall, eine relativ knappe Pending Order dort programmieren. In dem Fall an Sell. Und das wäre hier in dem Fall der 0.165.45 dann. Und die würden wir absichern, doch relativ knapp bemessen mit 20 Punkten. In dem Fall mit der 0.165.65. Natürlich ist es möglich, dass so ein Trade, wenn man ihn eingebt, erst einmal in den nächsten Stunden vielleicht sogar obsolet wird. Sprich, dass er einfach nicht mehr zählt. Dann muss man ihn vorher löschen. Es kann natürlich genauso gut auch passieren, dass dieser Trade kurz eingebucht wird und einen kurzen Pop-Up nach oben, noch weiter nach oben, innerhalb von einer Minute ausgestopft wird. Das ist natürlich im Bereich des Möglichen. Das ist ein tägliches Problem, was wir im Trade-Ding hier haben. Ob das im DAX ist, ob das im Euro-Bund-Future ist oder auch in anderen Basiswerten. Und zum DAX, dort sprachen wir eben kurz an. Da gucken wir auch nochmal explizit auf die jeweiligen Marken. Hier haben wir den Admiral Pivot, beispielsweise die sogenannte, wenn wir uns im Navigator hier ein Stück weit hier mit beschäftigen, finden wir im Scroll-Bereich hier sogenannten Admiral Pivots. Die können wir uns dann in den jeweiligen Schrank rufen bzw. reinrufen. Und obendrein natürlich auch mal zur jeweiligen Bestimmung und auch idealeren Konzentrationen, wenn wir jetzt beispielsweise das Mini-Terminal uns nochmal ganz kurz anschauen, ist es natürlich praktisch, wenn man hier sehr kurzfristig dann auch etwas eingeben möchte, weil man nämlich in der Lage ist, natürlich nicht nur die Lots zu bestimmen und mittlerweile natürlich auch die Mini-Lots, sondern weil man in der Lage ist, diese Position zu eröffnen, aber auch gleichzeitig in Echtzeit quasi ja auch diesen Stop-Loss gleich geregelt hat. Vor allem für Skyping beispielsweise und Day-Trading ist sehr wichtig, wenn man relativ kurzfristig da reinlangt, ob Short oder Long, in dem Fall, dass man den Stop-Loss dann dementsprechend relativ schnell bequem, auch sehr minimal, zum Beispiel mit 5 Pips, Ticks sage ich schon, mit 5 DAX-Punkten zum Beispiel absichert, oder in dem Fall bei Währungsfahrenden eben mit Pips oder auch im anderen Fall bei Moribone Future mit Ticks. Also das können Sie sich relativ einfach dann hier in den jeweiligen Chart reinbuchen. Hier geht es einfach darum, dass man relativ sicher mit einer Positionseröffnung gleich schon jetzt auch bloß drin hat, nicht, dass man in irgendwelche Schwierigkeiten kommt, wenn man gerade bei Positionseröffnungen plötzlich irgendwelche schnellen Bewegungen in der jeweiligen Basis gut hat. Alles schon passiert. Grundeinstellung heute für den DAX, wir haben natürlich im gestrigen und vorgestrigen Handel die sogenannten Jellen-Euphorie geschwürt. Das ist nichts anderes, es ist immer wieder dasselbe. Die Zentralbank, die FED vor allen Dingen, die FED macht nichts anderes, als weiter billiges Geld im Markt zu halten, durch die Adern des Marktes fließen zu lassen. Und ja, das ist letzten Endes überhaupt der einzige Grund, warum der Markt wieder so weit Richtung Norden gekommen ist. Und jetzt ist es vor allen Dingen interessant, weil wir ja im DAX natürlich jetzt schon den Vorteil zumindest haben, und den hatten wir ja eine ganze Weile jetzt hier in dem Bereich ja nicht, dass wir nämlich schon mal zumindest einen Hoch hier im Markt finden, an das wir uns ein bisschen klammern können, was wir hier auch charttechnisch ein bisschen wenigstens ausschlachten können, dass wir hier sagen, wir haben hier diese 10.8.04 in dem Chartbereich, ich gehe mal ein Stück weit hier so kurz drauf, und wir haben beispielsweise auch Xetra-DAX-Basis das Jahreshoch 2016 bei 10.802,32, also das nur im Hinterkopf behalten, dass wir hier natürlich dann auch eine Anpeilmarke für Long-Positionen haben, wo es vom aktuellen Kursstand dann in Richtung vielleicht nochmal hingehen könnte. Aus diesem Grund dann auch die Trail-Setups, wenn wir uns das hier noch mit dem FIBO anschauen, vom letzten Jahreshoch runter angesägt auf dieses letzten Tief, kriegen wir besonders viele FIBO-Linien natürlich hier ausgeworfen, die sogenannten Fibonacci-Retracements, und dann sehen wir nach unten, wenn wir die Horizontale einbinden, sehen wir eine Unterstützung für uns. Gerade war es mal mit dem Ton nicht ganz optimal, das ist leider immer Voice-over-AP, damit alle nochmal informiert sind. Wir machen halt Webinare über Internetleitung, ist für vieles wunderbar. Ab und zu ist das Internet ein bisschen schwankungsanfällig, oder je nachdem, regional etc. etc. Wir hoffen, dass es mindestens immer noch eine Befriedigend in Schulnote ist, oder ab und zu eine 3-, maximal als schlechtestes, und oft genug auch eine 3+, und 2. Solange es Voice-over-AP noch nicht besser ist, Stand 2016, müssen wir das Gegebene hinnehmen, das als Entschuldigung. Es läuft aber alles meistens gut, das nochmal als Hinweis. So, weiter mit Dirk. Okay, ist jetzt aber so weit okay gewesen bis jetzt, oder? Es war mal 5 Sekunden, ein bisschen so wie 1990 mit Mobilfunk, so ein bisschen Widerhall, aber das waren nur 10 Sekunden, jetzt geht es wieder. Und damit aber alle Bescheid wissen, mal benennen, was Stand der Dinge ist, dann ist alles klar. Genau, ich mache es nicht mit Absicht. Alles klar, okay. Dann gucken wir nochmal auf den FIBO, quasi auf diesen 61.8er, den habe ich hier ganz kurz markiert, rund um diese 10.590, das ist zum Beispiel auch noch ein möglicher Aufsetzer. Aktuell hatten wir den Aufsetzer ja schon knapp vor diesem FIBO-Point. Hier sind wir allerdings bei Minimum sogar noch nicht mal richtig dran gekommen, 10.645. Das heißt also, wir haben für mehrere Setups, Tages-Setups hier heute beim DAX, zum Beispiel auf der Long-Seite, ein paar Unterstützungsmöglichkeiten. Erst einmal natürlich das Tagestief, das weiteren rund um den FIBO-Point, um die 10.625-Gruppe betrachtet und obendrein da nochmal als Support den 10.590er-Gruppe betrachtet, hier wo wir den 61.8er FIBO-Retracement haben. Kursziele nach oben, nicht nur was die FIBO-Seite hier angeht von der AdModel, sondern hier auch natürlich das letzte Zwischenhoch. Einmal haben wir hier nochmal ein weiteres in Richtung der 10.780, aber natürlich überhaupt das Jahreshoch, der 10.8.04. Diese Retracements, die man hier oben sieht, sind die sogenannten FIBO-Projektionen. Die wirft die Handelsplattform aus. Einmal eine 138.2er und einmal eine 161.8er. Nur um das noch zu markieren, wo da oben möglicherweise dann eine Reise hingeht. Es ist in der letzten Zeit viel gesagt worden, von wegen was mit Aktien in den nächsten Monaten oder auch Jahren passiert. Gerade im Hinblick auf diese ganzen Zentralbank-Geschichten, da gibt es schon einige, die haben sich, man meint schon wirklich, die wollten sich lächerlich machen, indem sie sagen, Dow Jones 100.000 und DAX 20.000, 30.000. Wenn man sich allerdings nur mal rein von der These mal damit auseinandersetzt, dass die Zentralbank irgendwann anfangen würde, so wie in Japan beispielsweise, via ETFs in den Aktienmarkt einzusteigen und dann auch Aktien zu kaufen, dann kann man sich relativ schnell vorstellen, dass es dann natürlich weiter nach oben geht. Mit anderen Worten, das hat nichts mehr mit Wirtschaft in diesem Fall hier zu tun, sondern es ist rein nur Gelddruckerei und Einkauf von Gütern, um irgendwie Inflation zu erzeugen. Brandgefährlich. Aber gut, ist meine Meinung. Die weiteren Schritte, die wir jetzt hier dann haben, können wir zum Beispiel mit einem aktuellen Verhältnis hier beim DAX, zum Beispiel mit einem Lot, einen Buy, also jetzt hier anfangen. Wir können natürlich das auch über die Handelsplattform machen, wir können aber auch hier den Stop-Loss letzten Endes dann nochmals kurz auf diesen aktuell, auf das Tagesloch einsetzen. Das heißt also, hier nehmen wir in dem Fall hier die 10645 und ziehen dann quasi dann noch mit rein und haben hier möglicherweise unser erstes Setup. Auch wenn das jetzt hier beispielsweise in die Hose geht, von den Erfahrungswerten her sind es meistens zwei Trades, die einmal versemmelt werden und der dritte wird dann schön begleitet, indem man aber auch dann praktischerweise den Stop-Loss relativ bequem dann auf den Entry setzt und natürlich dann auch nach und nach trailt, entweder automatisiert oder manuell, in Klammern manuell eher meine Verhältnis, weil man natürlich dabei am Markt dabei ist und ein Stück weit ein bisschen gucken kann, wie sich das entwickelt. Die weiteren Handelsbilder, hier habe ich vorhin was von Brent gelesen, das ist soweit auch richtig, weil Brent hatten wir immer wieder in der Besprechung, hatten wir auch immer freitags nochmal drin und auch die letzten Male. Sieht also jetzt dann aus, dass wir schon relativ schnell ausgestoppt werden, dementsprechend lassen wir uns jetzt nicht beirren, denn lassen wir jetzt einfach laufen, zack, weg ist er. Brent ist beispielsweise jetzt in den aktuellen Phasen auch tatsächlich dahin gelaufen, wo wir letzte Woche auch von gesprochen hatten. Wir hatten Unterstützung 50er und unten diese 38-2er-Szenarien, das heißt also, wir sind hier auf diesen FIBO-Niveaus hier geblieben, haben jetzt hier einen Rückläufer in Richtung der 50-prozentigen Marke, hier rund um die 47-10 und als nächstes Kursziel in Richtung oben 48-45. Das Ganze sollte allerdings jetzt hier im heutigen bis auch Montag Handelstag passieren, sonst sieht es wieder ungemütlicher aus, weil dort am 28. September beginnt hier dieses Algerien-Meeting, also dieses Energieforum in Algerien und da werden wir sich auch noch ein Stück weit parallel mit anderen OPEC-Staaten eben da vielleicht noch mal treffen und sagen, ob man hier nicht die Förder doch jetzt ein Stück weit reduzieren kann. Man liest da sehr viel drüber, die Ticker sind voll davon, in der letzten kompletten Woche auch immer wieder, ob das Irak ist, ob das Nigeria ist, ob das Libyen ist, ob das auch Venezuela ist, Russland und so weiter, egal wer da auch mitmacht und mitmischt. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass sich gerade zwei große, die sich ja auch hier im Sondertreffen, Iran und Saudi-Arabien getroffen haben, gewillt sind, hier großartig Fördermengen-Kürzungen vorzunehmen, bis letzten Endes ihr Market Share, also ihre Marge, ihren Anteil am Weltölmarkt, reduzieren würde und den wollen sie ja nicht weniger werden lassen, sondern im Gegenteil, sie wollen ihn halten oder auch ausbauen. Und da steckt, beziehungsweise da mischt der Iran natürlich, da ist er den Saudis in die Karten und das mögen die nicht. Also es ist wohl eher, auch davon auszugehen, dass wir noch einen Status quo beibeben. Das soll aber nicht heißen, dass wir zumindest viele Rückläufer haben und aus diesen Rückläufern gucken wir auch genauso noch, wo ist jetzt die Trendlinie, wo wir zum Beispiel auch noch in den letzten Bereichen nochmal hinlaufen können, wo wir vom letzten Abwärtstrend, den kurzfristigen Abwärtstrend und auch gleichzeitig auch noch auf die 61, 8er FIMO laufen. Und da haben wir nun mal eben diesen herausgearbeiteten Bereich, rund um diese 48, 45. Das wäre jetzt also beispielsweise eine Möglichkeit, in den Bereich reinzulaufen. Auf dem aktuellen Niveau hier beispielsweise eine Long-Idee zu haben, würde man hier auf diesen 40, 47, 46, 90er Bereich einen Entry wagen und dementsprechend hier auch dann auch relativ schnell aber auch Punkte nach oben mitnehmen, sofern wir hier schon in die Bereiche 48, 48, 20 vortrinken. Denken Sie mal daran, relativ kurzfristig auch zu agieren und zu sagen, egal was jetzt da noch passiert, egal was noch kommen mag und wie viele Gewinne möglicherweise für mich noch anstehen. Wenn ich in der Lage bin, das jetzt hier quasi schnell mitzunehmen, habe ich Geld in der Tasche. Das kann mir keiner mehr mitnehmen und mir keiner mehr klauen. Das ist letzten Endes so, was Sie einmal per Gewinnmitnahme im Sack haben, ist letzten Endes dann für Sie gesichert. Wir machen heute mal ein paar Minuten früher Schluss, weil Ton geht leider doch ein bisschen schlechter. Internet hat auch täglich und regional Schwankungen. Wir sagen nochmal sorry, liegt nicht an uns und beim nächsten Webinar heute um 18 Uhr wird alles besser. Manchmal, wenn Sie selber erleben, wenn Sie schon mal Voice-Over-IP gehabt haben, oftmals gut, selten mal aufgrund Internet global irgendwie zu große Überlastungen wird es ein bisschen schlechter. Ich hoffe, es war dennoch okay. Grüße, tschüss, bye-bye aus Berlin. Schlusswort, eine Minute gerne noch oder was auch immer vom Dirk. Sorry, wenn es heute ein bisschen weniger vom Ton gut war. So ist es leider manchmal. Wir gucken, ob es mal irgendwann mit der Technik was Besseres gibt. Wir bleiben dran. Grüße und schönes Wochenende schon mal. Bye-bye. Aber du brauchst noch das Schlusswort. Ja, wenn die Technik nicht mitspielt. Ja, ja, danke. Wenn die Technik nicht mitspielt, das ist natürlich schlecht, wenn natürlich der Ton dementsprechend von der Qualität auch ein bisschen nachlässt. Ich hoffe, dass es kein Dauerphänomen, vor allem freitags, wenn es hier in Richtung Wochenende dann geht, warum auch immer. Also jedenfalls, ich wünsche Ihnen schon mal an der Stelle ein wunderschönes Wochenende, beste Erholung, gutes Wetter soweit. und ich lese gerade in der Schweiz ist der Ton gut, nicht nur der Ton, wie ich so gehört habe und wünsche natürlich allein schon mal einen guten Start in die neue Handelswoche. Aber jetzt erst mal einen guten Handelstag nochmal von mir und beherzigen Sie vor allem die kurzfristigen Trades im heutigen Verlauf, weil wir hier unnötig sonst vielleicht noch Punkte verschenken. Wir haben jetzt hier einen ersten Handelsversuch im DAX gemacht. Das wird nicht der letzte sein. Zwei weitere werden heute noch zumindest auf meiner Seite folgen. Und so sollte man es in einer gewissen Form auch handhaben. Bis zum nächsten Freitag und gute Trades. Bis dahin. Danke. Tschüss.